So, hallo, hallo, herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich über das Living in the End sprechen und über Problematiken, die meisten Problematiken, warum die wenigsten es schaffen, wirklich ein Living in the End so zu leben, dass es lange genug gehalten wird, sodass es sich auch im Außen dann manifestieren kann. Living in the End heißt, ich lebe im Endzustand. Und damit ich im Endzustand leben kann, muss ich die Person sein, die im Endzustand lebt. Und zwar den ganzen Tag. Den ganzen Tag muss ich mich identifizieren mit der Person, die in dem Endzustand lebt. Und die meisten versuchen aus einer Identität heraus, die eben nicht im Endzustand lebt und ist, aus einer Identität, die sie verkörpert, die sie ihr ganzes Leben lang verkörpert haben, im Endzustand zu leben. Und das ist genau die Problematik, die nicht funktioniert. Wir müssen diese Problematik genau anschauen. Und aus diesem Grund zeige ich dir jetzt hier auf dem Whiteboard, was ich genau meine. Dein Living in the End. Also, das ist dein Living in the End. Das ist das, wie du es haben willst. So möchtest du es haben. Und das musst du dir erstmal klar machen. Wie möchte ich es haben? Und wir reden wieder über die Liebe. Ich möchte eine erfüllte Beziehung mit SP. So, so möchte ich das haben. Eine erfüllte Beziehung. Wie sieht das aus? Wie sieht das aus für mich? Eine erfüllte Beziehung ist für mich Freude. Ich lebe Freude. Ich lebe Frieden. Ich lebe Abenteuer, wenn du das möchtest. Ich lebe, liebe. So sieht eine erfüllte Beziehung für mich aus. Dann womöglich noch Fülle, finanzielle Fülle. Wir haben genug Geld. Wir reisen. Alles, was du möchtest. Was für dich eine erfüllte Beziehung ausmacht. Dann musst du natürlich diese Person sein, die Freude verkörpert, die Frieden verkörpert, die Abenteuer verkörpert, die Liebe verkörpert, die Fülle verkörpert und die Reisen verkörpert. Dazu brauchst du dein Selbstkonzept. Ich stehe morgens in bedingungsloser Freude auf. Wie sieht es dann aus für dich? Einerseits Selbstkonzept mit Ich und dann brauchst du Vorstellungen davon, Szenen, Vorstellungen, wie sich das verkörpert, wie sich das zeigt. Morgens gehe ich singen ins Bad. Oder ich habe ein Lächeln auf den Lippen und freue mich auf den Tag. Wie sieht es aus, wenn du aufstehst mit SP an deiner Seite? Wie bist du dann? Was machst du? Und ich kann dir ein Beispiel von mir sagen. Ich habe diese Arbeit nicht gemacht. Was ist dann passiert? Eines Morgens bin ich aufgestanden, war schlechter Laune, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ihm geht es nicht gut, er ist unfreundlich, er ist ein Morgenmuffel. War er vorher nie. Er ist morgens nicht gut drauf, etc. Aber was war? Ich habe mein Selbstkonzept verlassen. Ich war morgens nicht gut drauf. Es hat mich aufgeregt, dass ich morgens jemanden an meiner Backe hatte, dass ich auf jemanden Rücksicht nehmen musste. Aber das war mein Ding. Er hat nie gesagt, mir morgens Rücksicht auf mich. Er hat nie gesagt, sei morgens leise oder schlaf länger, schlaf weniger lang. Das habe alles ich gesagt. Das war alles ich. Und ich habe aufgehört, hier meine erfüllte Beziehung zu verkörpern. Und ich war keine Freude mehr. Ich war missgelaunt. Sachen haben mir nicht gepasst. Ich war kritisch. Aber es war alles meins. Und genau das ist es. Wir machen das alle. Und wir halten uns nicht an unser Selbstkonzept. Wir lassen uns von äußeren Umständen, von Rückschlüssen, da musst du jetzt gut zuhören, von Rückschlüssen auf äußere Umstände, von Annahmen in Bezug auf äußere Umstände, aus unserem Selbstkonzept und aus der Verkörperung unseres Selbstkonzeptes herausbringen. Denn umläufig sind wir dann keine Freude mehr, dann sind wir kein Frieden mehr, dann haben wir Wut in uns, dann regen wir uns über etwas auf, dann ist uns das Leben zu langweilig. Wir fühlen uns nicht mehr in Liebe, wir leben nicht mehr in Liebe. Wir sehen überall nur noch Mangel und fühlen uns eingesperrt und nicht mehr frei. Und das ist zum Beispiel genau das passiert, was meine Beziehung um 180 Grad auf die Kehrseite gedreht hat und sie von einer absolut 100% Supermanifestation erfüllten Beziehung in eine unerfüllte Beziehung gedreht hat, die ich eigentlich nur noch loswerden wollte. Und genau das ist es. Das sind die Sachen. Ich mache kein Living in the End, ich lebe keine erfüllte Beziehung. Und der erste Punkt mit dem Selbstkonzept, wenn ich alleine bin, wenn ich eben niemanden an meiner Seite habe permanent, wie ich es mir aber doch so sehr wünsche, ich möchte ja mit jemandem mein Leben teilen, ich möchte ja mit jemandem zusammenleben, ich möchte ja mit jemandem eine Verbindung aufbauen. Ich möchte ja diese erfüllte Beziehung. Aber ich bringe es nicht fertig, wenn meine Reflexion die ganze Zeit neben mir ist, weil ich dann den ganzen Tag sehe, was ich wirklich denke, ob ich mein Selbstkonzept wirklich so fest verinnerlicht habe, ob ich wirklich diese Verkörperung dieser Frau bin in einer erfüllten Beziehung. Und darum geht es nicht, dass ich nicht mal schlechte Laune haben darf oder dass ich mal irgendwie einen Tag haben darf, wo ich mich ein bisschen gedämpft fühle. Nur, was sind meine Rückschlüsse, wenn ich mich gedämpft fühle oder irgendwie unwohl fühle? Mein automatischer Rückschluss ist dann immer Blaming, den anderen beschuldigen, der ist nicht gut drauf und der hat so reagiert und so weiter und so fort. Und genau das ist das nächste Problem, was ich erkennen muss. Wenn ich nicht gut drauf bin, wenn ich mich nicht gut fühle, wenn es mir nicht gut geht, dann ist es meine Verantwortung, dann bin ich das. Und dann ist es nicht ein Verhalten von einem anderen, von der äußeren Umwelt oder von irgendetwas, was geschehen ist, jetzt oder in der Vergangenheit oder auch nur in meinem Kopf. Das muss ich einfach erkennen, dass das, wenn ich mich schlecht fühle, dass wenn es mir nicht gut geht, dass ich bin das, ich bin das. Ich bin die, die sich schlecht fühlt. Und da brauche ich keinen Grund, da brauche ich keine Annahme, da brauche ich keinen Rückschluss. Da muss ich einfach Bestand aufnehmen und sagen, ich bin nicht in meinem Selbstkonzept. Ich bin in meinem unerfüllten Selbstkonzept, das merke ich, weil es mir nicht gut geht, weil ich eben hier keine Freude, keine Fülle, keine Liebe fühle. Und dann muss ich in mich gehen und in mir selber die Arbeit tun. Aber der Reflex, gerade in der Partnerschaft, ist eben immer wieder den Grund im Außen zu suchen und dann anfangen zu blamen und zu sagen, Du machst, Du bist, Du bist, Du bist, kann ich auch mal kurz machen, wenn ich nur verstehe, dass wenn ich sage, Du bist, Du machst, Du hast, dass es immer heißt, ich bin, ich mache, ich habe, weil es nur meine Reflexion ist. Ich argumentiere mit meinem Spiegelbild. Und das ist eben dieser ewige Kreislauf, der mich immer wieder aus diesem Living in the End rausbringt und eben dazu führt, dass ich nicht in einer erfüllten Beziehung bin und dass mein SP, meine spezielle Person, die ganze Zeit damit beschäftigt ist, mir zu zeigen, wie nicht erfüllt ich bin. Und der einzige Weg ist, dass ich in diesen Zustand springe. Und dieser Zustand ist eben viel, viel komplexer als nur ein Living in the End. Ich muss diese Identität, ich brauche die Identität dieser Person, ich brauche die Verkörperung. Und diese Identität, die ist hinterher ein Ergebnis aus meinem Living in the End, aus meinem Selbstkonzept, aus meinem Fremdkonzept, weil ich brauche auch noch das Konzept für diesen Spiegel. Ich muss auf meine Reflexion auch bestehen. Weil wenn ich Freude bin, dann ist logischerweise mein Partner, meine spezielle Person auch Freude. Das ist so. Ich kann nicht in meinen Spiegel schauen und sagen, ja, du bist nicht Freude. Du bist nicht freudig. Auch wenn ich das sehe, dann muss ich sagen, nein, 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 es geht nicht um ihn, sondern es geht darum, um auch die Identität von ich bin und wir sind. Und diese Wir-sind-Identität muss ich auch generieren und kreieren. Weil wenn ich Freude bin, Frieden, Abenteuer, Liebe, dann sind wir das auch. Aber wenn ich das nicht sehen kann, weil ich mich irritieren lasse von meiner äußeren Welt, von meiner 3D-Welt, von meinen vergangenen Manifestationen, von meinen vergangenen Ansichten. Das sind ja nur vergangene Ansichten. Wenn sich etwas im Außen nicht zeigt, dann sind es vergangene Ansichten, die da noch hängen und kleben. Und die hängen und kleben so lange dort, bis ich aufhöre, in diesen vergangenen Ansichten Wert und Wahrheit zu finden. Und das ist meine Aufgabe. Und das ist eben deswegen, warum ich mein Coaching mache. Weil die ploppen auf. Es ist ein Prozess, jedes Mal, wenn ich etwas abschaufle an vergangenen Annahmen und Ansichten, ploppt wieder was Neues auf. Weil diese vergangenen Annahmen und Ansichten und Überzeugungen haben ja mal dafür gesorgt, dass ich mich gut und sicher fühle. Auch nur kurzfristig. Aber ich habe gemerkt, das ist eine kurzfristige Droge, diese Ansicht, die hilft mir kurzfristig, mich sicher und gut und richtig zu fühlen. Und ich merke gar nicht, wie eigentlich langfristig diese Droge mich in eine Abhängigkeit gebracht hat von Ansichten und Annahmen, die sich gegen mich oder gegen mein Spiegelbild, gegen mein SP gerichtet haben. Und alle Annahmen und Ansichten, wo ich einfach irgendwann mal sage, ja, der ist blöd oder der versteht mich nicht oder wir verstehen uns nicht, habe ich mich kurzfristig gut gefühlt, weil ich die Schuld nach außen getragen habe und sie abgegeben habe an meinen Spiegel, ohne dass ich darüber nachgedacht habe, dass mein Spiegel mir sie dann wieder zurückreflektiert. Und dieses Spiel muss ich einfach verstehen. Und deswegen geht es nur darum, dass ich mich selber verändere, dass ich nicht mehr im Außen schaue und meine Rückschlüsse daraus ziehe, was meine vergangenen Annahmen mir wieder zeigen. Und wenn ich eine Ablehnung oder wenn ich eine Zurückweisung im Außen sehe, dann muss ich so schlau sein, dann muss ich so sehr auf der Hut sein, dass ich weiß, wo die herkommt, dass ich weiß, dass das etwas ist, was ich in der Vergangenheit angenommen habe. Ich werde abgelehnt, ich werde nicht unterstützt, ich werde nicht geliebt. Und dann in dem Moment, wo ich das im Außen sehe, muss bei mir eine Lampe angehen, weil es nicht mit meinem Divine Design Selbstkonzept, mit meiner wahrhaftigen Identität zusammenhängen kann, weil ich bin immer geliebt, ich bin immer unterstützt, ich bin immer perfekt, ich bin immer gewollt. Und deswegen, wenn ich wieder eine falsche Annahme erkenne, einen falschen Rückschluss erkenne, dem Moment muss dieses Licht bei mir aufgehen. Das muss mich nicht wütend machen, das muss mich nicht irgendwie verzweifeln lassen, sondern das muss mich aufmerksam machen. Weil es geht nicht darum, wie gut ich bin, wie schnell ich das schon schaffe. In dem Moment, wo ich es merke, geht es nur darum, Achtung, Achtung. Hier ist eine Lüge am Start, die sich einnisten will wieder. Eine alte Lüge, die sich dir zeigt, die dich nochmal quasi fragen möchte, möchtest du mir nicht doch glauben? Ist es doch nicht schön, irgendwie doch zu glauben, du bist nicht gut genug oder du bist nicht geliebt, weil dieser Rückschluss, den tust du aus dem Außen, weil sich irgendeiner dementsprechend verhält und du wieder diesen Rückschluss machst. Aber wie sich der andere verhält, ist eigentlich unerheblich, wenn du die richtigen Rückschlüsse machst. Immer in Bezug auf dein Divine Design Selbstkonzept. Immer in Bezug auf das Selbstkonzept, das zusammenhängt mit deinem erfüllten Wunsch. Du hast das Basis-Selbstkonzept, dein Divine Design Selbstkonzept, was du bist, wer du bist als göttlicher Schöpfer, ganz bedingungslos. Dass du derjenige bist, der die ganzen Annahmen, die ganzen Rückschlüsse, die ganze Beschreibung deiner Identität, deines Ich-Bin aus göttlicher Perspektive einverleibt und lebt und dann gleichzeitig noch schaut, okay, wie sieht es denn aus in einer erfüllten Beziehung? Wie bin ich denn göttlich in einer erfüllten Beziehung? Wie verkörpere ich das? Wie manifestiert sich das? Verkörperung ist ja eigentlich nur eine Vorstellung meiner Manifestation. Wie sieht es denn aus, wenn ich als diese Frau, als dieser Mann in einer absolut erfüllten Beziehung Tag ein, Tag aus ein Leben manifestiere mit einem Tagesablauf von morgens, mittags und abends und nachts. Wie verkörpere ich mich in diesen einzelnen Lebenssituationen, wenn ich in dieser erfüllten Beziehung bin? Und da fängt es an, dass ich da nicht stabil bin, dass ich dann plötzlich irgendwo in einer Situation merke, scheiße, ich bin nicht erfüllt, ich sehe keine Erfüllung mehr, ich sehe kein Abenteuer, ich sehe keinen Frieden, ich sehe kein Reisen, ich bin gefangen wieder, ich bin nicht mehr frei. Ja, Irrtum, Licht geht an, ich nehme mir Zeit, ich sehe, was da läuft, ich checke wieder aus, sei es in der Meditation, sei es im Spaziergang, sei es mit Schreiben und so weiter und so fort und ich erkenne, was ich gerade hier mache und nicht, was meine Welt da draußen gerade mit mir macht, sondern ich mache es mit mir und meine Welt zeigt mir gerade, wo ich gerade drauf bin, auf welchem Trichter und auf welchem Weg. Und das ist dieser Prozess. Und wer wirklich glaubt, dass er davon kommt, indem er das irgendwie sporadisch macht oder mal ein bisschen, der wird niemals diesen Identitätsshift in seine Divine Design Identity hundertprozentig machen können. Auch wenn du hundertprozentig meinst, du bist da drin, brauchst du die Tools, dass jedes Mal, wenn du rausspringst, dass du dich erwischst und weißt, wie komme ich zurück, wie muss ich mich trainieren, wie muss ich mich führen, damit ich wieder in das Selbstkonzept, in das Living in the End komme, was ich mir wünsche, was mir zusteht, weil ich weiß, alle Wünsche stehen mir zu, nur wenn ich da drin nicht lebe, nicht da drin aufgehe, nicht in Begeisterung, in meinem Living in the End bin, dann bin ich halt in einem anderen Living. Ich habe immer ein Living. Und ich bin diejenige, die es annimmt, akzeptiert und sagt, ja gut, dann ist das halt mein Living in the End. Aber wenn es dir nicht gefällt, musst du diesen Prozess machen, musst du diesen Weg gehen. Und es geht nicht über eine kurzfristige Geschichte, weil das, was du angenommen hast, was du projiziert hast, verschwindet nicht von heute auf morgen. Und du wirst immer wieder mit der Herausforderung konfrontiert sein, wenn Situationen, die nicht zu deinem Living in the End kommen, wie du denn noch in deinem Living in the End bleibst, in deiner Identität. Diese Manifestation, deine Realität ist deine Identität. Und dieser Shift, diese Aufgabe, diesen Shift immer wieder zu machen, das ist ein langfristiges Unterfangen, ein lebenlanges Unterfangen, das immer wieder leichter und leichter wird. Aber wenn du glaubst, dass Manifestation die Sache ist, dass du einmal was hast oder einmal was kriegst oder einmal etwas dir gelingt, dann sollte dich insbesondere auch meine Geschichte, die ich hier auf diesem Kanal geteilt habe, so sehr inspirieren, dass du weißt, diese Arbeit, die geht weiter. Und ich werde sehen, wie gut ich drin bin, wie meisterschaftlich ich drin bin, indem ich Dinge langfristig so habe, wie ich sie haben will. Indem meine Identität im Erfolg, im Living in the End, in der Leichtigkeit, in der Freude, in der Liebe durch das Leben geht. Und deswegen kann ich dir nur empfehlen, wenn du auf diesem Weg bist, nimm das als Lebensaufgabe. Ich nenne es Divine Design Reise. Es ist meine Lebensreise, dass ich so sehr mich mit meinem Divine Design identifiziere, dass ich fast nur noch, und ich sage extra fast nur noch, das im Außen reflektiert. Und jede Chance, wo ich sehe, dass ich abgekommen bin, jede Chance, wo mir etwas reflektiert wird, gezeigt wird, dass es nicht Divine Design ist, dass es nicht mein Living in the End ist, dass es nicht das ist, was ich wirklich haben will, nutze ich dazu, die Arbeit noch besser zu tun, noch intensiver zu tun, noch klarer zu tun. Und das will ich dir auch empfehlen. Und ich kann dir empfehlen, wenn du möchtest, dass es schneller geht, lass dir helfen. Komm in eins meiner Angebote, Portal kannst du noch einsteigen, eins zu eins kannst du immer noch buchen, sei gespannt, was es sonst noch für Programme gibt, für Räume, die ich halte, in denen du dich entfalten kannst, in deinem Divine Design. Wenn du das in einem geschützten Raum gelernt hast, dann kannst du es auch in der ungeschützten Welt viel, viel besser bewerkstelligen. Es ist immer so, wir arbeiten in der Turnhalle, wir arbeiten in geschützten Räumen, bis wir unsere Selbstsicherheit, Selbstkonfidenz haben. Und erlaube dir das, erlaube dir zu trainieren in einem Trainingsraum, wo du unterstützt wirst, wo du immer wieder erinnert wirst, wo dir gezeigt wird, wenn wieder Altes kommt und sich Altes reflektiert, wo du dich austauschen kannst. Das ist das Allerwichtigste. Und die Leute, die sich wirklich 100% committen für ihre Divine Design Reise, die wissen, dass es ein langfristiges Projekt ist, das so viel Spaß macht, das so viel Transformation bringt, das so viel Heilung in diesem Sinne bringt von Loslösen, von vergangenen Schmerzen, von vergangenen emotionalen Traumata sogar. Darum geht es. Es geht nur um mich. Es geht darum, dass du switchst von deiner human-designten Identität, von diesen Denken aus dieser Identität, von diesen Ansichten aus dieser Identität in deine Divine Design Identität. Und das ist eine innere Arbeit, die sich im Außen zeigt, in deinem Aussehen, in deinem Körper, in deiner Gesundheit, in deiner finanziellen Situation, in deinen Beziehungen und in der speziellen Beziehung zu einer speziellen Person. Geiler Scheiß ist möglich. Ein absolut abgefahrenes, geniales Leben ist für uns alle möglich, wenn wir diese abgefahrene, geniale, super, super machtvolle, in absoluter Liebe und Freude aufgegangene Identität endlich an den Start bringen. alles, alles, was mal war, alles, was gerade ist im Außen, nicht mehr dazu nutzen, um es aus unserem Divine Design rauszubringen. Ja, ihr Lieben, teilt meinen Kanal. Es ist lebenswichtig zu wissen, wie das Leben funktioniert, damit wir in Freiheit, Macht und Kraft, göttliche Liebe, göttliche Perfektion, göttliche Ansicht in diese Welt tragen können und reflektiert bekommen. Dafür sind wir hier, um diese Divine Design Reise zu leben, zu auszuerleben. Aber das heißt eben gleichzeitig auch, dass wir die limitierte Human Design Reise, die uns einfach nur so weit bringt, dass es lebbar ist, das Leben, ablegen und sowas von krass und abgefahrene Erlebnisse in unser Leben ziehen wollen. Dann ist es für dich, dann ist es deine Reise, dann bin ich deine Person, dann bin ich deine YouTuberin, dann bin ich dein Coach, dann bin ich deine Mentorin. Wenn du mehr willst, ich habe so viel mehr als diese YouTube Videos. Melde dich bei mir. Wir finden genau das Richtige, was für dich jetzt ansteht, um das zu haben, was in deinem Divine Design, in deiner Seele, in deiner Vortex, in deinem Bewusstsein schon immer auf dich wartet. Wir sehen uns im nächsten Video. Like, Kommentare, kommentiere, teile und vielleicht bist du ja der oder diejenige, wenn wir 2000 Abonnenten haben, dass du dieses 1 zu 1 von mir gewinnen kannst, das dir zeigt, was da alles noch möglich ist, wenn du dich sehen lässt von einem Coach und dir wirklich deine Trigger und Blockaden hochbringen lässt. In diesem Sinne, wir sehen uns bald. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.